Guten Morgen, schön, dass Du da warst. Ich bin Cora, willkommen zu dieser Selbstliebe-Morgen-Meditation mit mir. Selbstliebe-Übungen wie diese Meditation am Morgen helfen Dir, den ganzen Tag einen liebevollen Umgang mit Dir selbst zu pflegen und so glücklicher und entspannter mit Dir selbst zu sein. Komme in einen für Dich bequemen Sitz. Wenn Du magst, schließe Deine Augen und lass Deinen Atem ganz entspannt fließen. Richte Dich gerade auf und schaffe Raum für Deine Wirbelsäule. Lass Deine Schultern weich und schwer sein. Lockere Deinen Kiefer und löse Deine Zunge von Deinem Gaumen. Lass Dein Gesicht entspannen und entknittere Deine Stirn. Beginne mit Deinem Atem tiefer zu werden und füll Deine Lunge beim Einatmen vollständig und lass beim Ausatmen alle Luft entweichen. Nimm alles wahr, wie es jetzt gerade ist. Wie fühlst Du Dich heute? Komm mit Deiner Aufmerksamkeit zu Deinem Herzen. Nimm Dein Herz als Raum wahr und gestehe ihm diesen Raum zu. Welche Energie kannst Du in diesem Bereich spüren? Stell Dir vor, dass Du mit jedem Einatmen neue Energie spüren kannst. Wenn Du die Energie in diesen Herzraum sendest. Sitze und spüre. Und vielleicht kannst Du hier ein bisschen Raum entstehen lassen. Und vielleicht kannst Du hier ein bisschen Raum entstehen lassen. damit Dein Herz Dir eine Affirmation schenken kann, die Dich durch diesen Tag trägt. Versuche nichts zu erzwingen. Warte ab und lausche, was Dein Herz zu Dir spricht. Wenn Du hier ein bisschen mehr in diesen Schiff. Nimm diese Botschaft an wie einen Goldschatz. Bewahre ihn sicher in deinem Innersten auf. Lass diesen Goldschatz in dir leuchten, ein strahlender Funke Selbstliebe, der dein Sein erhellen mag. Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück. Und atme ganz tief ein. Und dann bring deine Handflächen zueinander in Sanjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du heute mit mir meditiert hast. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.